UNTERTITELUNG Ihr habt gehört, wie großkotzig Frau Hohepriesterin war. Jemand musste ihren Denkzettel verpassen. Oh, dass du so selbstlos bist, wär mir glatt entgangen. Ist ja echt ne Schande, dass die Sovereign dich so missverstehen und uns ausradieren wollen. Ganz genau. Ich meinte das ironisch. Oh nein, dann musst du das auch in einem ironischen Ton sagen. Jetzt steh ich doch wie ein Idiot. Können wir die Zankerei bitte lassen, bis wir diese Weltraumschlacht überstanden haben? Da kommen noch mehr. Gut, ich will Ratte mal ledigen. Die Haut der Beste ist zu dick, um sie von außen zu durchdringen. Ich werde es von innen versuchen müssen. Hä? Nein, nein, Drex! Warte kurz, Drex! Was macht er denn da? Er sagt, die Haut sei zu dick, um sie von außen aufzuschleiden. Warte, das ist doch völliger Unsinn. Habe ich ja versucht, ihm zu sagen. Die Haut bleibt doch so dick wie sie ist, egal ob von innen oder von außen. Das ist mir auch klar. Da ist ne Wunde am Hals. Rocket, sorg dafür, dass sie den Kopf hebt. Hey du fetter Grottenolm, geh oben! Wir retten also schon wieder die Galaxie? Ja. Als zweifache Galaxieräter können wir unsere Preise dann richtig schön hochschrauben. Stirb! Rauchschiff! Ich kann nicht glauben, dass du jetzt ausgerechnet an sowas denkst. Du dämlicher Waschbär. Nenn mich nicht Waschbär! Tut mir wirklich leid. Ich meinte Backenhörnchen. Ist das besser? Ich weiß nicht. Es ist schlimmer. Es ist unterherbeschlimmer. Um da durchzukommen, musst du der beste Pilot im Universum sein. Zu unserem Glück bin ich das. Gut gemacht Rocket! Danke! Ich meinte das ironisch! Oh nein! Dann musst du das auch in dem ironischen Ton sagen! Jetzt steh ich da wie ein Idiot! Das ist ja so albern. Das Schicksal des Universums liegt in deinen Händen. Das sind meine Unterhosen. Wir werden alle sterben. Guardians of the Galaxy Vol. 2